Hallo Freunde, heute dürft ihr 10 Minuten am Kopfstand und Frosch üben. Ihr startet mit Händen auf den Boden, dann die Knie auf die Ellbogen, Balance finden, wenn es gut geht, Kopf auf den Boden, sicher stehen, Knie nach oben, Füße strecken, dann wieder runter, Knie wieder auf den Ellbogen, dann gehts wieder zurück, Balancieren, wieder auf die Füße. Genau, danach kriegt ihr ein Lockup von uns, es geht 4 times, 50, 40, 30, 20, 10 von einer Übung und 25, 20, 15, 10, 5 von der nächsten. Die erste Übung sind Down-Ups, ihr startet im Stehen, geht runter wie beim Burpee und dann steht wieder auf. Thruster, wieder ein Ding, schon euer Wahl, wie gehabt, Kniebeuge und nach oben ausstoßen. Atmen nicht vergessen und gut pacing. Viel Spaß Freunde.